Guten Tag, hier spricht der Telefoncomputer der Psychiatrischen Klinik Bad Zwischendrin. Hallo und herzlich willkommen bei unserer Hotline für Menschen mit psychischen Problemen. Wenn Sie unter einer Zwangsneurose leiden, dann drücken Sie bitte immer wieder die 1. Wenn Sie co-abhängig sind, dann bitten Sie jemanden, für Sie die 2 zu drücken. Multiple Persönlichkeiten drücken bitte die 3, 4, 5 und 6. Wenn Sie paranoid sind, wissen wir genau, was Sie wollen. Bleiben Sie in der Leitung, damit wir Ihren Anruf zurückverfolgen können. Wenn Sie zu Wahnvorstellungen neigen, drücken Sie die 7 und wir stellen eine Verbindung zu Ihrem Raumschiff her. Wenn Sie schizophren sind, hören Sie ganz genau hin. Eine dünne, helle Stimme wird Ihnen zuflüstern, welche Nummer Sie drücken müssen. Wenn Sie Legastheniker sind, wählen Sie folgende Zahlenkombination. 9, 6, 9, 6, 9, 6, 9, 6, 9, 6, 9, 6, 9, 6. Wenn Sie an einem Posttraumatischen Stresssyndrom leiden, drücken Sie bitte ganz langsam und vorsichtig 3 mal die 0. Wenn Sie manisch-depressiv sind, hinterlassen Sie uns nach dem Signalton, vor dem Signalton oder nach dem Signalton eine Nachricht. Bitte warten Sie auf den Signalton. Wenn Sie Probleme mit dem Kurzzeitgedächtnis haben, drücken Sie die 9. Wenn Sie Probleme mit dem Kurzzeitgedächtnis haben, drücken Sie die 9. Wenn Sie Probleme mit dem Kurzzeitgedächtnis haben, drücken Sie die 9. Wenn Sie unter einem Minderwertigkeitskomplex leiden, dann legen Sie bitte sofort auf. Die Leute hier sind sowieso viel zu beschäftigt, um ausgerechnet mit Ihnen zu reden. Wenn Sie in den Wechseljahren sind, legen Sie auf, machen Sie einen Ventilator an, legen Sie hin und weinen Sie. Sie werden nicht immer verrückt bleiben. Wenn Sie blond sind, drücken Sie um Himmels Willen auf keine Knöpfe. Sie bringen sonst bloß alles durcheinander. Wir danken für Ihren Anruf und wünschen einen schönen guten Tag noch. Wir danken für Ihren Anruf. Wir danken für Ihren Anruf. Wir danken für Ihren Anruf. Vielen Dank.